Wir sind aktuell hier im Hefertag und ich habe ihn jetzt auf dem Aufnahmebutton gedrückt. Könnt ihr sehen. Ja, es ist gerade mit Länden die Sonne scheinen. Richtig hart also. Doch, es geht jetzt ab nach Hause und ich habe einfach den Weg genommen, weil es geht auch nach unten. Die sind den Weg genommen. Aber schaut mal hin. So sieht Hefertag aus. Ja, es ist zu hell. Das liegt dann daran an der Sonne. So, und wenn ihr werdet filmen, das bin ich, der es filmt. Jetzt aber. Ja, sieht doch ganz schön aus. Natürlich mit voller D, nicht vergessen, voller D. Ich habe volles Beat hier. Ja, sehr schön. Also voller D. So, wir gehen jetzt hier, wo wir gerade ausrunden. Ab geht's. Steht denn da Feuerwerkverkehr? Hey, steht denn da Auslöser rauchen? Blinde rauchen? Achso, man sollte ja nicht rauchen. Was wir noch machen können. Ein bisschen ausruhen. Wir haben noch genug Zeit. Weil ich kann ja nicht hocken am PC oder am Handy hocken. Das geht nicht. Ist ja dann wieder so fest oder so. Sieht doch schön aus. Also was gefeiert. Wunderschöne Aufnahmen. Und natürlich kann man irgendwas holen. Aber ich fand euch nicht eine Folter. Ich will das Video auch nicht so lang machen, weil ich ist ein großes Stück. Bis dahin, wo ich hin will, ist noch ein großes Stück. Also es wird schwimmt sofort. Schau mal die Aussicht an. Guck mal die Aussicht an. Der Himmel so an. Boah, sieht mega geil aus. Wunderschön aus. So. Also genießt das auch noch. Die Aussicht. Das ist am Ende. Das ist wieder so ein Arschlochtyp. Das ist mein Rahmen hier. So, treppen wir runter. Natürlich habe ich den Weg genommen. Aber es geht rucki zucki nach unten. Das kann ich euch versichern. Aber guckt mal jetzt mal die Aussicht an. Sieht ja mega, ne? Sieht mega geil aus. Wow. Ich mache Auflösen 1080p mit 60fps. So. Da merkt das auch einen Unterschied. Ja, das sieht doch schön aus, ne? So, dann würde ich sagen, gerne beenden. Weil ich muss noch weiterlaufen. Und ja, tschüss. ... ...